Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed Underground 2. Ja Leute, weiter geht's. Ähm, die nächsten Rennen stehen an. Warte mal, die nächsten Rennen? Was mir hier auf der Karte angezeigt wird? Das ist glaube ich dann ein Rennen, was wir schon gemacht hatten, oder? Ja, ja, das hatten wir schon gemacht. Genau, wenn das nicht auf der Karte angezeigt wird, dann sind wir damit schon fertig. Ähm, dann lasse ich mal kurz die Karte aufrufen. Wir fahren mal hier rüber. Drüben waren wir ja noch gar nicht. Eigentlich zumindest. Vielleicht schalten wir ja bald mal wieder neue Teile frei. Jo, alles klar Alter? Hast du schon gehört, dass in Beacon Hill ein Rennen starten soll? Sollen so ein paar Nasen mit mehr Cola als Hirn sein. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Falls du irgendwas hörst, kannst du es für mich checken und mir Bescheid sagen? Peace. So, guck ich mal nach. Ops. Ja, jetzt dieser eine Tuning-Shop fehlt uns tatsächlich noch. Äh, wo man mit Raunik und weiter und so fort einbauen kann. Das ist leider jetzt nicht, ähm, wie man den findet. Oder welche Farbe der hat. Aber wenn der uns irgendwo auffällt, dann weiß ich schon Bescheid. Also, äh, stimmt, das ist jetzt die Insel hier, glaube ich, von der Demo, ne? Kann man jetzt mal schauen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es hier andere Sachen gibt. Wir haben neue Sachen freigeschaltet, sehe ich gerade, ne? Flasch. Wollen wir mal, ob das irgendwie, ob wir das irgendwie stimmig hier hinzufügen können. Welche Farbe hatten wir, ich habe mir, glaube ich, das blau gehabt, ne? Oder? Wird jetzt blöd, dass ich nicht mehr, mir nicht gemerkt habe, welche Farbe wir ausgewählt hatten. Ähm. Aber was ist die Farbe hier? Nehmen wir jetzt einfach mal das. Auch wenn es nicht ganz so cool aussieht. Okay, komm, wir lassen es weg. Ich hoffe, es ist nicht drauf. Ich hoffe, es ist drauf. Kacke. Egal. Können wir ja bei Bedarf wieder ändern. Hat anpassen. Ähm. Achso. Ja. Okay. Brauche ich aber nicht. Was ist denn das Trend? Kommt man denn da hin? Ja, es sind doch nicht die Insta von der Demo. Ja, die Demo weiß ich damals habe ich... Ach doch, das ist die. Das ist die. Guck mal, wer was denn? Äh, war da nicht, stand da nicht ganz Body Shop? Der hatte mir gesagt, dass es neue Fahrzeuge gibt, aber... Dem ist nicht der Fall. Immer noch die gleichen Fahrzeuge. Naja, gut, dann brauchen wir nichts Neues erstmal. Wir geben uns das an, um unser Ding abzusehen. Ah, das Rennen ist hier das für ein Hotel, glaube ich, ne? Allerdings ist gleich so eine Hotel-Einfahrt, um auch nicht aus dem Rennen statt. Ah, nee, so ein Parkplatz. Okay, Parkplatz war das. Ah, gut. Sprintrennen. Nein. 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 Egal, super, direkt. Alles klar. Sonst nichts ist. Kein Problem. Oh, ich habe jetzt verflößt jetzt X-Safifo. Klein war schneller. Oh, sorry. Nein, kein Verschluck. Klein war schneller als es ist, aber... Komm mal ab, jo. Ah, jetzt sind wir erster. Ich denke mal, das bleibt jetzt auch erst mal so. Äh, ich habe jetzt keine Ahnung. Komm mal auf der Perspektive. Egal. Wird jetzt der Weg schon cool. Nur livery-technisch muss auf jeden Fall noch was passieren, aber da muss ich mich auf jeden Fall mit beschäftigen. Oh, das wird ein bisschen dauern, das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal aufs Glück machen. Wenn ich es überhaupt machen werde. Okay, hier fahren wir doch lieber links rum. Also mal schneller dran. Rechts mit einem großen Boden fahren. Hier, das war das Hotel, was ich meinte. Aber die Einfahrt... Vielleicht gehört dieser Parkplatz auch zu dem Hotel. Wer weiß. Dach-Spoiler. Ich brauche aber erstmal diesen Shop. So. Ähm, fahren wir mal links lang. Richtung Canyon oder Hills. Das weiß ich noch. Ich muss auch unrennen, was nicht auf der Karte ist. Was hat das zum bedeuten? Hm. Stehe ich jetzt nicht so ganz? Wir nehmen, wir machen es einfach mal. Vielleicht haben wir das auch schon mal gefahren in der ersten Folge. Bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Oder... Oder... Es ist nämlich auch belastet, äh... Weil die Gegner vielleicht zu stark für uns sind. Das kann auch sein. Oh, also gefahren sind wir das auf jeden Fall noch nicht. Das ist nicht so. Äh, auf gar keinen Fall, als sind wir das gefahren. Nee, 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 nee. Das sind wir nicht gefahren. Vorbei? Ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt schon wieder komplett verwirrt. Weil hier links ist ja irgendwie unsere Garage, ne? Weil hier in der Nähe zumindest. Es könnte so sein, dass wir das doch schon gefahren sind. Ich bin mir jetzt halt gerade gar nicht sicher. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Alter, führte Gang wie immer. Der Arme führte Gang. Er hat mir doch nichts getan. Er hat uns doch nichts getan. Jawoll, schon ein Powerslide. Nein! Das war zu viel. Zu viel, lieber zu viel. Vielleicht können wir uns das ganze Schloss mal auspacken. Jawoll. Au, führte Gang endlich mal. Ah! Jetzt packt sie mal hin. Oh, bitte. Kommt jetzt keiner. Oh, die kommen gefährlich nah. Nein, hau ab, Junge. Mach's vom Acker. Ey, das kann nicht wahr sein. Jawoll. Wuhu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wäre ich fast an dem LKW noch aktiviert. Alter, das wäre es jetzt. Bei Regen hat dein Wagen etwas schlechtere Traktionen, was sich im Handling bemerkbar macht. Sei vorsichtig, wenn du mit hohem Tempo in eine Kurve fährst. Dein Wagen rutscht dann eventuell stärker als gewohnt. Echt? Wie diese Auslücken davon? Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber bestimmt merkt man das nicht so truss. Warte mal, hier drinnen gab es bestimmt auch Cash, oder? Okay, ich dachte, dass es hier vielleicht Cash gibt. Was ich auch gesehen habe, kann das... Okay, ja doch. Ja, hä? Rückleuchten kann man nicht abschalten, aber ich kann das Licht vorne umschalten mit der Mod. Ich kann es ausmachen, Abblendlicht oder Fernlicht. Fernlicht ist sozusagen standardmäßig im Spiel. Aber ja, es ist nur so fancy wie Make. Oh Gott, jetzt sind wir vorbeigetischt. Oh, jetzt. Drag, oh yes. Yo, wie ein Skyline direkt. Ah, kacke. Nein! Okay, das habe ich jetzt sowas von vertackt. Ja, das habe ich jetzt noch nicht so viel zu stark für mich. Ich bin ja mal gar nicht. Auch wenn das Rennen echt marktartig ist, oder ganz schön weit ist. Ich bin ja gar nicht so viel zu stark für mich, aber da können wir uns nicht zufrieden gehen. Mann, ich komme nicht dazu. Äh, perfekte Schall, wenn ich jemanden so früh reinhabe, oder? Okay, scheinbar weit. Ach, tausend. Jawohl. Alter, die haben alle einen Unfall gebaut. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Querverkehr. Okay, es habe ich gesperrt. Ja, perfekt. Nice. Ja, das wollte ich doch sehen. Pitchenpark. So. Ähm. Okay, dann müssen wir jetzt einmal hier hinten rumfahren. Äh, was heißt hier hinten rum? Wir fahren einfach nur an der Straße unten entlang. Also, das sollte ja nicht allzu schwer sein. Bei dem Deckel noch den ein oder anderen Shop. Oh, Cash. Jetzt nehmen wir das nicht auch gerne an. Vielleicht vorhin, weil ich ihn gesehen habe. Aber gut, ist es auch in der Ecke versteckt. Ah, den Schiff haben wir auch schon. Cash. Da. Blau. Blau. Da ist der Shop. Perfekt. Woll erst mal da hin. Auch nochmal Cash. So, hier rein. Leichtbau. Hey, nur Langweiler fahren ein Auto von der Stange. Als König der Straße brauchst du das besonderer Hand. Aber Leichtbau und Bremse können wir schon. Hier bekommst du die richtigen Tuning-Teile, um aus deinem Kätzchen einen Tiger zu machen. Setz dein Auto auf die Ad. Weniger Gewicht bedeutet mehr Speed. So einfach ist das. Wer schnell fährt, muss auch gut bremsen können. Bau dir ein Bremsen-Kit ein und du kannst so hart bremsen, wie du fährst. Oh, das ist Bremsen. Oh, das ist Bremsen. Oh, das ist Bremsen. Der Kontakt zum Asphalt ist äußerst wichtig. Also kauf dir bessere Reifen, so oft es geht. Oh, Yokohama. Nitro, die Portion extra mit einem Sportfahrwerk hast du... Hey, bau dir einen Sportbetrieber und aufändere die Steuerzeiten deines Motors. Hey, tausch deine Serienteile mit Nachtsitzfahrwerk. Okay, haben wir wenigstens Reifen- und Leichtbau eingebaut. Da auch ein bisschen was. Ja, ich bin ja schon wieder, das ist nicht unbedingt. Aber das ist immer noch nicht der Shop, den ich besucht habe. Ich will auch gerne Neon einbauen. Das ist ja auch alles in diesem Shop. Tacho, Neon, Hydraulik. Und noch irgendwas. Ausbrecher, genau. Noch noch am Haus raus. Ich habe keine Ahnung, was da noch ist. Habe ich schon alles vergessen. So, ich drive in hier. Ah, Kacke. Vielleicht die Abkürzung auch rechts nebenbei. Ich habe schon links rechts vertausen. Ah, vielleicht sehen wir den Shop hier gleich irgendwo. Ich muss auch beifahren. Ich glaube, wir müssen fahren. So, bis jetzt noch kein Shop in Sicht. Hm, vielleicht ist ja auch keiner auf dem Layout. Ich werde ihn schon noch früher oder später finden. Aber das war echt zu schnell. Ja. 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 Ich glaube, jetzt haben wir wieder Pinball gespielt. Jawoll. Das war schon besser. Ich glaube, jetzt, wenn wir hier gleich links reinfahren, heute war unser besser. Und vor Gott, wir kommen. Oh, nein. Eingedreht. Oh, wir sind auch noch in der letzten Runde. Kacke. Shit, 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 shit. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Weil wir kommen irgendwie näher ran, aber der sieht nicht so aus. Toll, jetzt werden wir nochmal fahren. Ja, und hier sind wir mal viel zu schnell, da können wir die Abkürzung nicht nehmen. Aber Hauptsache, er hat's gemacht. Ja. Und wir haben auch noch Dritter geworden. Fuck. Komm, Neustart. Das war jetzt was. Das heißt, nur ein bisschen besser aufpassen. Aber ja, klar, dass der Junge hier wieder versucht, Erster zu werden. Dann fahren wir erstmal rechts. Links. Und mal versuchen, einfach so viel genug Skade zu fahren. Dann mit der Sprungkammer verbunden ist sie dann verpackt. Vielleicht sind das einfach zu flache Sprünge, dass sich das mit ihm gar nicht lohnt, um eine Mega-Action-Kamera auszupacken. Also ein Kindersprung. Oh Gott. Alles war rausgepackt. Hab auch dran gedacht. Der eine ist einfach komplett weit hinten. Gucken, was das für ein Auto ist. Ich bin das gleich rechts angezeigt. Das ist der Vort-Score. Das steht nicht. Das steht nur der Name und die Zeit. Oh, wir haben volles Mast. Da sehe ich mir. Hört sich noch auf. Ich weiß nicht, ob ich mich hier vorhin eindringen konnte, ey. Was ist er denn da? Was ist er denn da? Ich bin schnell. Aber es hat noch gereicht. Na endlich. Diesmal haben wir es gepackt. Hinter uns ist gleich das Nächste. Hinter uns ist gleich das Nächste, denn. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ja, mach ruhig. Ich komme noch. Ich komme noch. Hey! Komm, knapp vorbei. Okay. Dann haben wir uns gezählt, weil wir wahrscheinlich zu langsam waren. Ah, das war uns gezählt. Okay. Ja, das ist eigentlich überhaupt eine 200 Nosse runter. Okay. Oh, gleich links rum besser gewesen. Naja, egal. Ja, egal. In der Runde versuche ich dran zu denken. Dauberer Abschnitt. Oh, der LKW, ey. War ja ein bisschen ungünstig. Jetzt kann man den Speed aufbauen. Bisschen zumindest. Aber die 200 werden glaube ich nicht ganz erreichen. Kann man gleich schon in die Eisen müssen. Aber 190 Grad, sehr knapp. Fragt mich, wenn wir den Civic komplett leistungsmäßig aufbauen, ob wir dann V-Tech mäßig den Motor haben, dass er bis 11.000 dreht oder ob der immer noch bei 1.5 Schluss macht. Wäre auf jeden Fall interessant, das weiß ich alles gar nicht mehr. Hätte ich eigentlich rechts lang fahren können? Echt? Okay. Aber das mal fahren wir jetzt hier links lang. Okay, das ist die Stelle hier. Oh, Alter. Was ein Donner, Junge. Was ein Donner. Na, was. Na gut. Ja, ich hab ja noch was. Und da haben wir doch noch was wieder zurück. Dort vom Ziel. Und, und, und. 2,41 Nice Die meisten Punkte im Driftrun bekommst du wenn du über die weiße ja okay das weiß doch alles schon Immer doch nichts Weiß doch alles schon Aber warum finde ich keinen weiteren Shop mehr? Ah das Cache Okay okay Ähm Irre Verlaufsstatus 11% schon was? Aber doch nicht Okay die nächsten beiden Rennen Ja Ähm komm fahren wir mal dahin Okay der Olu ist viel lang früher Dann fahren wir aber da lang Was ist die Abkürzung? Ist klar Ja Ja auch nochmal ne Info Super Shop Lackier Lackier Lackierer ne Ah weiß ich nicht ist nicht so popisch genug Das würde halt unsere Wagenfarbe sein Ja Es tendiert zum orange Oder zum blau Naja die drei hier Komm wir nehmen das Bremse 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 natürlich wie immer Rot Bremse Bremse Ja Bremse 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 Um Ja Das ist das N Ja, links. Das war... Ich wusste es, Alter. Ich hab's einfach schon kommen sehen. Oh! Ich hab's in die Insel reingekrabt. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob links oder rechts. Nice. Erster, das können wir auch in Beziehung beibehalten. Dabei sind wir den Vorsprung. Ja, jetzt bauen die wieder auf. Oder ab. Wie auch immer. Jetzt nicht mehr. Ah, doch jetzt wieder. Ach, das schwankt immer. Jawoll. Oh! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Musik ist gerade irgendwie nicht so... ...geil. Das sind halt so Tracks, die ich nicht mehr gedacht hab. Und die ich auch nicht mehr in Erinnerung hab, ehrlicherweise. ... 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 231, Junge, Junge. Ah, 34 war die Zeit, aber das war glaube ich eher nur für den Airtime. Nice. Nice, kein Scheiß. So, müssen wir uns entscheiden. Ach, war immer eine falsche. Ähm, URL oder Special Event? Ähm, komm, wir machen erst mal das URL-Rennen. Und dann das Special Event. Warte mal, warum hier eigentlich was? Ah, ne. Ist gut. Das können wir auch schon fahren machen. Cool, bei abkürzenden wird das GPS abgebrochen. Ja. Ich sehe, dass man sich auf der Straße befindet, oder? Ja. Nicht, äh, durchschaubar das Ganze. Alter. Ja, klar, dass der Skyline hier abzieht. Ich hätte auch eigentlich, ähm, ne überarbeitete Skyline-Mod nehmen können, die glaube ich von anderen Teil-Modelle übernimmt. Aber, ja, wollte ich nicht. Ich wollte das ja schon authentisch alles haben. Also, überarbeitete Mods wollte ich jetzt nicht machen von Fahrzeugen. Nur neue hinzufügen. Ich denke, das passt so mit den vier Fahrzeugen, die wir jetzt hier dabei haben. Wie gesagt, ein SUV werde ich hier eventuell noch hinzufügen. Muss mal schauen. Einen gab's. Ich glaube, warum braucht ein Hyundai oder so was. Oder ein Genesis. Bin mir nicht mehr nicht sicher. Aber, warum quasi das eh nicht mein Fall ist. Aber guck mal, vielleicht finde ich doch noch was anderes, was mich eher anspricht. So, mit BMW X, SUV oder so. Mal schauen. Also, die URL-Rennen sind ganz geil, weil da kann man richtig gut Blau aufbauen. Weil die Strecken so weitläufig sind, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn man da einen kleinen Fehler macht. Bitte. Und man kann ja endlich mal seinen fünften Gang einigermaßen ausfahren. Naja. Ausfahren ist was anderes. Aber ich weiß schon, was ich meine. Fünf Sekunden Vorsprung. Nice. Abziehen, ziehen, 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 ziehen. Nicht so lange lang mehr. Oh, letzte Runde schon. Okay. Ich weiß, ich bin grad so im Float drin, dass ich das gar nicht realisiert habe, dass wir schon in der letzten Runde sind. Jetzt von mir aus aber noch 10 Runden fahren können. Aber halt natürlich für mehr Geld. 1100 oder was da stand. Wär's nicht wert gewesen, so lange zu fahren. Oh, nächstes Runde ist ein Turnier oder was? Jo, beim Skyline brennt's einfach. Nöööööööööööööö. Hey, was war das denn gerade? Gibt ihr das gesehen? Das sieht aus wie so ein Feuerwald. Ich glaube die Felgenfarbe passt doch nicht so ganz, da hätte ich mich doch vielleicht für was anderes entscheiden sollen, aber jetzt ist es so, egal, immer halt so hin. Was ist denn mit dem Betriebe los, ganz komische Geräusche, wenn der Gang einlegt, hört es richtig an als ob er die Kuppel noch nicht ganz durchdrückt. Wenn er die Zähne schleifen lässt. Da, da schon wieder, können wir rein und raus machen von dem Gang. Ich schalte halt echt wie eine Oma ey. Richtig gemütlich beim Schalten. Aber hier auf dem Layout habe ich irgendwie nicht so viel Flow. Weiß ich mal um. Wahrscheinlich wegen dieser Kurve hier. Das nimmt immer ganz viel Spaß, dass er zu stark einbremsen muss. So. Gleich auf der Gratis mal durchziehen. Ja, aber ganz kurzer Spaß nur. Verstehe ich mich? Manchmal sind die Gegner so lahmarschig und manchmal sind sie echt kaum einzuholen. Ja. Oder weil ich so kontinuierlich fahre. Kann ich mich auch sagen. Ja. Ich gebe jetzt nicht besonders viel Mühe. Die vorletzte Runde. Jetzt fahren wir in die letzte Runde rein. Das ist auch nur am Schiffen da. Fantastisch im Regen. Nicht so wie in Spielen. Zum Glück kann ich mit den Extra Options Mod einstellen wie viel Regen wir haben. Also wie stark der Regen ist. Wie häufig, wie groß diese Blasen auf den Scheiben sind. Wie Winkel von diesem Regen Effekt ist, der jetzt für uns ist. Also wie Scheinwerfer sozusagen drauf projiziert auf den Regen. Kann man halt alles einstellen. Muss man gucken, ob die Häufigkeit von Regen vielleicht ist niedriger. Man mag es halt absolut nicht. So. Okay gut. Ich würde gerade sagen. Wenn wir jetzt noch ein Rennen machen müssen, dann geht es mal. Wahrscheinlich haben wir erst mal alles freigeschaltet. Komm. Alles verteilt. So, das kennen wir nicht. Okay. Neue Ware beim Autohändler. Okay. Jacksonside. Hey Mann. Ich habe gerade gehört, dass in Jackson Heights endlich offen sein soll. Fahr doch mal hin. Die Rennen da oben in den Hills sind total abgefahren. Turbolader. Jawoll. Motorbremse. Was? Achso. Manuela. Ja klar. Autohändler. Geschafft. Was für ein Sieg. Du hast den Vertrag erfüllt. Also nichts wie los und einen neuen Sponsor gesucht. Nein. Special Event habe ich aber nicht gemacht, ne? Oh, das wollte ich mir danach. Später aufheben. Du musst nur weiter gewinnen. Akku. Ich habe das verpennt. Hey, endlich kann man die Heights erreichen. Fahr doch mal hin und zieh dich um. Die Straße scheint frei zu sein. Was ist das hier gewesen? Achso, ein Infoding. Ja komm, nehmen wir schon mit. Wir müssen schon dabei sein. Was haben wir denn da vorne? Alter, das ist unsere Garage, ne? Okay, da brauchen wir jetzt ein Infoding drin. Ich überleg gerade, wo fahren wir denn hin? Wir haben jetzt jede Menge auf jeden Fall wieder. Aber ich suche immer noch diesen einen Tuning Shop. Äh, können wir hier unten eigentlich hin? Geht nicht, ne? Warte mal, wir fahren jetzt rechts und dann immer geradeaus am Highway. Nein. Ich will unbedingt diesen einen Shop. Ich glaube, der war... Ah, der ist noch zu. Okay. Airport geht nach links, aber das Gemüt, was ich meinte, ist so gerade. Okay, okay. Wir fahren trotzdem mal Richtung Airport. Vielleicht gibt es da ja auch was. Den Shop zumindest nicht, aber Cash wahrscheinlich. Und da ist auch ein Rennen. Deswegen finde ich sich auch schon ganz gut an. Wir fahren natürlich. Halschrimm rein. Oh, warte mal, die Maus, sorry. Wollt ihr nicht unbedingt sehen? Oh, da ist ein bisschen Cash. Oh, da ist ein bisschen Cash. Oh, da ist es auch noch gemessen. Habt ihr irgendwie gar nicht gesehen. Oh, Drag auch noch. Jawoll. Auf dem Flugfeld, glaub ich, ne? Ja. Ja. Nur 350 Pascal. Bisschen mickrig. Der Skyline Midnight Blue. Oh Mann, Alter. Wolfgang Wittschotten jetzt abziehen, ey. Und dann hauen die mit Nuss ab, diese Säcke. Ich glaube, unser Fahrzeug ist mal zu lange und wir müssen erstmal Kokoda reinbauen. Wir probieren es gleich noch einmal. Aber er hat gar keine Chance. Oh, nicht so gut. Hä? Was hat er denn da gemacht? Der blöde Sack, Alter. Oh, haben wir wegen dem jetzt Totalschaden kassiert? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ah, komm. Vollstart. Ich will Windschatten haben. Haut doch nicht jemand gleich ab. Ja, nee. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall uns ein Toro einbauen. Heuer geht da gar nix. Ne, ne. Aber was macht der denn? Bleib immer auf der Stelle da stehen. Haut er sich einen Motorschaden rein oder was? Verstehe ich nicht. Na egal. Ähm. Hä? Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt ähm, den Tuning Shop finden. Ähm, da ist der nächste. Boah, die sind beide ziemlich weit weg, ne. Wir aktivieren mal GPS dahin. Fahren da noch schnell hin. Bauen uns das Turbo ein. Und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann nochmal versuchen, Rennen zu bestreiten mit dem Turbo dann hoffentlich. Ich denke, das sollte dann ganz gut werden. Und man müsste auch mal Straßen da rein machen, die uns Leute herausfordern. Haben wir ja auch noch nicht gemacht. Oh, der Fernsegang, ne. Und dann bleibt hier oben da drin. Ah, guck mal. Können wir hier lang fahren. Ich glaub, diese Straßenschilder zeigen einem auch an, wie diese Dinger sind, oder? Eigentlich sind die ja dafür da, um zu zeigen, äh, wo welches Gebiet von der Karte ist. Aber ich glaub, das sind auch irgendwie indirekt Markierungen für Shots. Oder ich lass mich hier einfach nur an die Masse gucken. Weil das hab ich zumindest, zumindest als Kind immer wieder gedacht. Den hätten wir jetzt herausfordern können, aber boah, ey. Hätte noch nicht. Ey. So, Zopp betreten. Okay. Turbo. Nice. Erhöhe die Leistung deines Motors und baue dir einen Turbo ein. Tausend ist ja nix. Oh, das bringt jetzt nicht so viel. Ähm, nehmen wir HKS oder Grady? Wir nehmen Grady. Oder G-Ready. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Okay. Gut. Aber ich würd sagen, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge testen, wie der Kollege abgeht. Ähm, aber wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und... Ciao. Dreck. 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 Bis zum nächsten Mal.